Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns immer noch im wöchentlichen Event zu Dirt Rally. Und das ist nämlich auch wieder eine neue Folge Let's Play Dirt Rally. Ich werde die, wie gesagt, zu den Dirt Rally Folgen hinzufügen. Und die eine, diese erste, im Abonnenten-Special-Ordner abheften, weil das ja, das durch die letzte Folge, unser Abonnenten-Special zu den 20 Abonnenten bzw. 25 Abonnenten war. Weil wir ja inzwischen schon 27 Abonnenten haben. Das freut mich sehr. Vielen Dank auch hier nochmal. Oh, das ist jetzt im Prinzip die gleiche Strecke nochmal. 5, 4, 3, 2, 1, Vorsicht. Und legt sich wieder Bauchstämme in den Machen auf Planung weg. Man kriegt direkt mal ein Zeitlimit vor die Post gesetzt. Von 15 Minuten. Achtung, Bremsen, Kuppe, kehre rechts. Und unser Ziel muss natürlich sein, die 10 Minuten im Machen sind. Achtung. Aber natürlich nicht so. Kuppe und links 6, Inhalten durch Tor 100. Kuppe in links 5, Inhalten. Rechts 3, Tor. Aber so wird noch schon eher. Ich sehe es eben gerade, wo wir ein bisschen fest da bremsen. Tor rechts 12, über Kuppe, macht zu bis 4. Weil er wieder so eine komische Bruse gehabt hat. Und links halbend über Kuppe, 150 durch Senke. Boah. Da passiert jetzt ein paar kleine Fehler. Vorsicht links halbend über Kuppe, Senke links links hundert. Rechts 6, über Kuppe, 150 durch Senke. Das wurde jetzt ein paar klein bisschen gekürt. Links 6, halbend Kuppe und Achtung, Bremsen, links halbend über Kuppe, in rechts 2, macht zu bis 1. Macht auf. Rechts 5, und rechts 5, über Kuppe, über 100 durch Senke. 1 Minute 18, jetzt in der ersten Zwischenzeit. Mittig halten über Kuppe, und Tor 100. Aber da ja die ganze Zeit zusammenheitiert werden. Achtung, links halten über Kuppe, vielleicht Sprung. Mittig halten über großen Sprung. Weil wir wie gesagt, 1,3191, da sind. Und den, die alle nichts haben, weil das ist ja so ein solches, wöchentliches, wöchentliches Event, genau. Genau, das ist ein Online-Event. Und wenn ich werde irgendwie folgen, dann ist das Online-Event, mal eins, mal zwei Kennzeichen. Also das halbwegs übersicht. Ich weiß noch gar nicht, also ich werde auf jeden Fall Leute noch abonnieren, und ich werde auf jeden Fall Leute noch abonnieren, und ich werde auf jeden Fall Leute noch abonnieren, und ich werde auf jeden Fall auf 100. Und dann folgen, wird ready, aber... Ich spiele ja im Moment Valentino Rossi, the game. Das macht mir viel Spaß, verbringe ich viele Zeiten mit, äh, viel Zeit mit. Und hier haben wir uns gerade mal wieder überschlagen, aber wie viel Glück auf den Rädern geht wird. In rechts zwei nicht schneiden, links halten über Kuppe. Rechts sechs, innen halten, Achtung, hängen links, vier, 100 Kuppe. 130 Kuppe, rechts sechs, durch Pfosten. Da musste ich eben ein bisschen abbremsen. Zwei Minuten vierzig jetzt. Und den dritten Abschnitt haben wir jetzt jetzt... Wir haben es jetzt in den dritten Abschnitt geschafft. So, und, äh, ich weiß nicht, wie ich da meinen Satzbau machen wollte. Keine Ahnung, einfach nur. Grant rechts daneben. Und Strafe 13 Minuten drauf. Oder 13, nein, 13 Sekunden gibt das drauf. Weil da habe ich mich einfach schlicht und ergreifend erfahren, äh, verfahren. Links sechs über Welle und rechts sechs über Kuppe. Nein, das ist eine Seite nicht los. Und Achtung, links vier, lang, warm, Stämme. Links vier, sechzig, rechts vier, lang. Wie geht's euch denn heute? Nein, ich weiß. Ich habe mir gedacht, das ist das mindestens mal, weil der... Und links sechs und links sechs über Kuppe macht so, wenn fünf über 80. Los. Komm. Komm, 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 komm. Ah, nee. Keine Chance. 8 Sekunden nochmal drauf. Und unsere Scheinwerfer sind auch defekt zu verziehen. Soll mal in der nächsten. Rreibag rat toda 16, man hat gnappe erhöht. Also ist es kaum noch eine Strecke. Rechts fünf flach. Und links 5 über Kuppe 60 Rechts 600 mit schalten über Kuppe vielleicht sprung Ich denke, dass die Kraftzeit dann similiert wird Und links 6, 80 rechts halten über Kuppe Und rechts halten über Kuppe 80 links halten über Kuppe Und deswegen ist das ja eigentlich Achtung, bremsen 100 rechts 4 nach A Deswegen ist es dann am Ende, wird es am Ende halt aufgerechnet Und es ergibt sich dann in schlechterer Zeit, als was man eigentlich abgeschlossen hat 150 Links 6, innen halten 150, gerade durch senke, mittig halten, über Kuppe Diese Whale strecken haben auch irgendwie immer so was für Kuppe Das ist sowas ganz ganz zauberhaftes Als in der Hand verfahren, wie so wunderlich gesagt Rechts 6, innen halten und links 5 über Welle Keine Ahnung, wie das gerade reingefangen ist Das ist halt immer diese Straßen Ihr seht ja meistens, sieht es so aus, als würde es Irgendwie ein ganz bedrohliches Land fahren Ich hoffe ja auch, dass die Valisen dann in der EM weiterkommen Etappe abgeschlossen 5 Minuten 44, ja das geht noch, ist eigentlich eine gute Zeit Die persönliche Bestleiste beträgt 3 Minuten 1 Sekunde Wir haben 2 Minuten 43 Rückstand So, jetzt hat es geklappt mit dem Uhrladen Keine Ahnung, was der da hatte Oh, wir haben uns verbessert um 100 Also nicht ganz um 100 Jetzt sind wir 1270 da Damit kann man doch Damit kann man doch arbeiten Ja, und dann geht's im nächsten Part Geht's dann weiter Mit der nächsten Etappe Und bis dahin sag ich Tschö mit Ö Wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt Mit einem Like, einem Kommentar oder einem Abonnement Könnt ihr das gerne machen, darüber würde ich mich sehr freuen Und bis dahin sehen wir uns bestimmt in einem anderen Video wieder Bis zum nächsten Mal Tschö mit Ö